Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Mitteilungsvideo. Ja, ich fahre heute den 27.05. los nach Köln. Und ja, denn es geht jetzt ab morgen los auf der Roleplay Convention 2016. Zwei Tage geht es und dort werde ich dann wieder tätig sein als Community Ambassador. Ich war ja auch letztes Jahr auf der Gamescom 2015 auch da tätig und hab da auch schon ein Video, also ein Mitteilungsvideo gemacht, dass ich dann da bin. Und eben halt auch noch ein Video, wo ich dann euch dann nach der Messe euch dann die Materialien gezeigt habe, so wie ich alles gefilmt, fotografiert habe und da auch noch selber mein Feedback abgegeben habe, wie es mir gefallen hat, was da los war und so weiteres. Also das habe ich auf jeden Fall auch vor, dann eben halt in der nächsten Woche dann auch noch zu machen. so einen Videobereich zu stellen, falls ihr nicht dabei sein solltet. Schade, aber falls andere Leute sonst dabei sein sollten, also ihr auch sonst gegebenenfalls, dann würde ich mich auf jeden Fall echt freuen, eure Bekanntschaft zu machen sonst. Ich werde euch die Zeit nochmal angehen, wann ich denn eben halt Dienst hätte. Also ich wäre Samstag um 14.30 bis 20 Uhr. Dann haben wir dann um 21 Uhr dann halt das Fangathering. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch sonst dabei sein würdet. Und ansonsten Sonntag um 10 Uhr bis 14.30 Uhr. Und dann bleibe ich eigentlich noch so bis 17 Uhr ungefähr, weil um 18 Uhr fährt mein Zug und dann bin ich wieder daheim. Und ja, werde dann eben halt auf die kommende Woche eben halt das Video dann so gesehen fertig machen. Ansonsten hätte ich jetzt für euch dann sonst auch nochmal den Freitag, also heute um 15 Uhr ein Video mit den Dragoon JobQuest 58. Lass gerne mehr Feedback da auf jeden Fall. Ansonsten habe ich auch noch für den Samstag um 15 Uhr auch noch ein Video mit der JobQuest 60 Just Dragoon. Damit hätten wir den Dragoon fertig. Und dann hätte ich nochmal also den Sonntag um 15 Uhr ein weiteres Video. Das könnt ihr auf jeden Fall auch gerne rein checken, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall befreuen über euren Feedback ansonsten. Und ansonsten, dass wir uns auch auf der Messe sehen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Freude wieder als Community Ambassador wieder dabei zu sein. Ich möchte auf jeden Fall auch gerne sonst auf der Gamescom 2016 auch gerne tätig sein. Würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen als ambitionierter Final Fantasy Fan. Weil ich mag das einfach selber auch mit der Integration, mit der Community und selber auch mit dem Team. Das ist so ein cooles Feeling auf jeden Fall. Und auch Erfahrungen, die man da so mitnehmt. Und es macht auf jeden Fall echt eine Menge Spaß. Und ja, auf der RPC, also da könnt ihr dann ein iBeat Zephyroth gewinnen. Und auch ein iBeat Bismarck. Und ich bin echt gespannt, wie viele Leute das schaffen würden. Also da bin ich echt gespannt. Und natürlich könnt ihr da auch Battlemaster T-Shirts gewinnen. Und außerdem auch The Feast. Also das ist 4 gegen 4. Ja, ansonsten würde ich mich echt freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich wollte euch einfach nur darauf mitteilen. Auf jeden Fall und haut rein.